Moin, herzlich willkommen zu Groove Nummer 63. In dieser Woche ein Groove von Dirk Erchinger, den er bei der Jazzkantine gespielt hat vor vielen, vielen Jahren. 1994 war das. Und Dirk fand ich immer sehr inspirierend mit seinen Grooves bei der Jazzkantine. Und auch sonst, checkt mal den Drum-Trainer in Berlin einfach super gut. Dirk hat auch ein geiles E-Book geschrieben, das habe ich mir auch mal reingetan, auch total cool. Lieber Dirk, vielen Dank für diese Inspiration, deine Grooves. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.